Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video möchte ich meine neuen Erkenntnisse mit dir teilen, die dir dabei helfen können, noch erfolgreicher im Network Marketing zu werden. Wie bereits erwähnt, möchte ich mit dir die neuen Erkenntnisse teilen, die dir auf dem Weg zum Erfolg im Network Marketing weiterhelfen sollen. Ich hoffe, dass sie dir so stark helfen, wie sie mir geholfen haben. Ich mache schon seit vielen, vielen Jahren, also ich habe immer Notizbücher und dort mache ich dann meine, da trage ich meine Erkenntnisse ein, wenn ich jetzt auf einem Seminar war, auf einem Workshop oder einen guten Gedankengang hatte in einem Gespräch, ja, da mache ich da meine Notizen, meine Ziele sind da drin, aber auch Leitsätze eben, nach denen ich leben will oder wo ich mich hin entwickeln will und ja, und dann überprüfe ich das. Ich habe da jetzt keinen festen Termin, aber so gelegentlich überprüfe ich das einfach mal und schaue, wie weit bin ich denn, ja, ist das, was ich so bisher an Leitsätzen hatte, ist das noch aktuell, möchte ich etwas davon verändern und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Und neulich hatte ich, wie gesagt, ein Gespräch und habe das Ganze dann eben halt auch zum Anlass genommen, ja, mir die Aufzeichnung wieder anzusehen und habe dann in dem Zusammenhang mal so die neuen Erkenntnisse im Network Marketing, ja, also meine neuen Erkenntnisse zusammengefasst und ich hoffe, dir können sie eben genauso weiterhelfen, ja. Ja, die erste Erkenntnis ist, Network Marketing ist kein schnell Reichwerden-System. Und ich merke das in den Gesprächen immer wieder, ich habe oft den Eindruck, dass genau Network Marketing damit assoziiert wird, ja. Also, bei mir war es damals auch so, als ich, ja, als ich in die Branche reinkam, war es so, dass ich sehr, sehr stark, wie soll ich sagen, Erfolg und Geld getrieben war, ja. So würde ich es jetzt vielleicht nennen, was ja nichts per se, nichts Schlechtes ist, aber, ja, ich habe einfach damit das assoziiert, dass Network Marketing, ja, mich, ja, reich macht. So, und ist ja auch so, ja, Network Marketing ist ja auch der Weg, den du gehen kannst, wenn du erfolgreich und reich werden willst, ja, ist ja keine Frage. Nur, auch heute merke ich das in den Gesprächen, dass Menschen halt denken, okay, ich muss nur meine Namensliste schreiben, 10, 20 Menschen darauf sponsern, ja, und dann werden 2, 3, 4, 5 oder wie viele Leute auch immer das Ganze groß machen und das wird durch die Decke gehen und dann bin ich reich, ja, und das ist eben nicht so. Network Marketing ist ein Beruf wie jeder andere Beruf auch, ja, und in jedem Beruf gibt es Profis und keine Profis und die Profis verdienen in ihren Berufen halt eben das meiste Geld. So, und du kannst im Network Marketing einfach nur erfolgreich werden, wenn du dir auch die Zeit gibst, ja, deine Entwicklung zu machen, wenn du bereit bist, Zeit zu investieren und Geld zu investieren oder beides, ja, und wenn du weder Zeit noch Geld investieren kannst, dann musst du für dich überlegen, ob Network Marketing überhaupt ein Weg für dich ist, weil Network Marketing, wie gesagt, wenn du keine Zeit investieren kannst, wenn du kein Geld investieren kannst, dann wie willst du jemals die notwendigen Fähigkeiten dir aneignen, die in diesem Beruf gebraucht werden, ja, also das ist Erkenntnis Nummer 1, Network Marketing, kein schnell reich werden System. Der zweite Punkt ist, dass du, bevor du anfängst, wenn du jetzt schon eine Firma hast, kein Problem, aber wenn du jetzt gerade so dabei bist, dich mit Network Marketing auseinanderzusetzen, dann solltest du wirklich darauf achten, dass du ein Unternehmen wählst, was nicht gerade erst an den Start geht. Also das ist einfach so meine persönliche Erfahrung, das Unternehmen muss einfach, wie soll ich sagen, es muss stabil sein, ja, es muss ein stabiles Fundament haben und es sollte die Anfangsschwierigkeiten, die jedes Unternehmen bei der Gründung hat, ja, am besten schon durchlaufen haben, ja. Es sollte so ungefähr 3, 4, 5, 6, 7 Jahre schon am Markt sein und wie gesagt, aber die Zahl, die Anzahl an Jahren ist jetzt nicht nur das entscheidende Kriterium, sondern es geht um das Unternehmen an sich, das Unternehmen sollte stabil sein, die Leute, die hinter dem Unternehmen stehen, die sollten wissen, was sie tun und das solltest du dir vorher ganz gut überlegen, weil Network Marketing ist nicht, wo man heute einsteigt, außer du hast jetzt schon ein riesen Kontaktpotenzial mit Menschen, die dir blindlings überall hinfolgen, aber das wird bei den wenigsten sein, die jetzt dieses Video anschauen. Wenn du etwas aufbaust, dann dauert alles eine gewisse Zeit, bis eine gewisse Eigendynamik einsetzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein, zwei Jahre hart arbeitest, aufbaust, ja, regelmäßig neue Leute ins Unternehmen holst, das Ganze fängt jetzt gerade an zu duplizieren und jetzt macht das Unternehmen insolvent, dann bricht dir alles weg und du fängst beim nächsten Unternehmen, ja, wieder von vorne an. Dann baust du wieder ein, zwei Jahre das Ganze auf, dann passiert es nochmal, ja, und, ja, und das ist dann genau der Punkt, warum du dann vier, fünf Unternehmen vielleicht durch hast und bist noch nicht vorwärts gekommen. Und deswegen schau dir das Unternehmen an, dass du in ein stabiles Unternehmen kommst, weil dann kannst du auch langfristig was aufbauen. Dritte Erkenntnis, lerne alles, was du über Marketing in die Finger kriegst, ja. Steckt im Namen schon drin, Network Marketing, habe ich auch schon öfters in anderen Videos hier auf dem Kanal erwähnt. Und Marketing ist einfach die Fähigkeit, ja, gewisse Prozesse, ja, im Unternehmen anzuwenden, um neue Kunden, neue Vertriebspartner zu rekrutieren. Und da muss man auch ein bisschen kreativ sein. Oft kommen Leute zu mir, die sagen, wie kann ich jetzt neue Kunden gewinnen? Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und könnte sagen, ja, indem du halt mehr Reichweite aufbaust, indem du mit mehr Menschen sprichst, mehr Menschen deine Dienstleistung zeigst. Aber den Menschen ist da nicht so geholfen, ja, mit dieser Aussage. Sondern es geht einfach darum, dass du überlegst, welche Wege kann ich denn gehen, ja, um meine Botschaft in die Welt zu bringen, ja. Und dann dich auf zwei, drei, vier, fünf Wege darauf zu fokussieren, ja, und dann loszulegen. Und dann diese Wege dann auch zu beherrschen, ja. Und immer besser zu werden in den Dingen. Und das ist eben halt auch ein Prozess, geht nicht von heute auf morgen. Aber deswegen solltest du in das Thema Marketing hineinschnuppern. Du solltest überlegen, welche Wege kann ich denn gehen, ja, um eben, ja, Marketingwerbung für mein Business eben zu machen, ja. Weil letzten Endes baust du dir ein Geschäft auf. Und im Geschäft geht es darum, eben halt auch um zu werben, ja. Es geht darum, Menschen, ja, von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung zu erzählen. Und, ähm, diese Menschen dann halt letzten Endes auch für dich und dein Unternehmen zu begeistern. Dann, ähm, Erkenntnis Nummer vier. Werde Profi, arbeite nach einem System, ja. Und, ähm, auch hier ist es so, ähm, als ich begonnen habe, ähm, ähm, ja, im Network Marketing eben zu starten, ähm, ist halt das eingetreten, was ich dir gerade zu Beginn schon gesagt habe, ähm, dass ich halt, ähm, ja, gedacht habe, okay, du musst nur zehn, zwanzig Leute eben sponsern, ja, und dann wird sich der Erfolg einsetzen, Pustekuchen. Du musst Network Marketing eben als das sehen, was es ist, nämlich ein Beruf, ja. Und diesen Beruf, den muss man aller, mit aller Ernsthaftigkeit ausüben. Ja, und es gibt so ein schönes Buch von Eric Worre, ähm, Go Pro, ja, und, ähm, sei Profi, ja, wie du in Network Marketing Profi wirst, ja. So ist der Untertitel. Und genau darum geht es, ja. Du gehst ja auch nicht zu einem Arzt, der einfach nur so als Hobby, ja, irgendwo, ähm, ja, operiert, sondern du möchtest ja von einem Profi auf seinem Gebiet dann, ja, behandelt werden. Und so ist es im Network Marketing auch. Und deswegen solltest du, ähm, das gleich auch mit einem richtigen Mindset angehen. Dazu könnten wir jetzt noch ein separates Video machen. Das sind jetzt auch nur hier meine Gedanken dazu. Ähm, und deswegen, ähm, werde Profi, ja, und, ähm, überleg dir, was muss ein Profi machen. Hol dir das Buch, zum Beispiel, ja, und dann setzt die Dinge eben um, ja. Der nächste Punkt, Punkt Nummer 5, ähm, versuch, dass du, oder nicht versuch, ja, ist Quatsch, ähm, echte Endkundenprodukte. Das Unternehmen sollte echte Endkundenprodukte haben. Weil nur, wenn du wirkliche Kunden, ja, in deinem Unternehmen hast, die, ähm, die Produkte gerne nutzen, die, wo die Produkte sich verbrauchen, wo, ähm, wo man vielleicht aber auch, oder auch eine Dienstleistung, die, die wirklich, wo die Menschen dich brauchen, weil du ihnen dadurch, ja, das Leben erleichterst, ja. Ja, das sind Produkte, die die Menschen brauchen und die sie auch aus Überzeugung weiter konsumieren. Ja, weil wenn dir mal ein, ein Partner oder eine, eine, eine Struktur vielleicht wegbrechen sollte, was bleibt, sind begeisterte Kunden. Und begeisterte Kunden führen eben halt auch zu einem stabilen Einkommen. Ähm, Punkt Nummer 6, hör nie auf zu sponsern. Ähm, als ich begonnen habe, war es so, ich habe gesponsert, gesponsert, gesponsert und dann kam irgendwann ein Riesencheck. Und, ähm, an dem Tag, wo der Riesencheck kam, ja, da denkst du, ja, läuft, ja, jetzt kannst du da ein bisschen managen. Und das war ein Fehler. Ich war damals, äh, 22, 23. Und, ähm, ja, und wenn du anfängst zu managen, dann hast du eigentlich schon verloren. Mit managen wird man nicht reich, ja, du wirst auch nicht Erfolg haben mit managen. Das Einzige, mit was du wirklich im Network Marketing Erfolg wirst, ist, ähm, sponsern und Kunden gewinnen, sponsern und Kunden gewinnen, sponsern und Kunden gewinnen. Und wenn du diese beiden Dinge, ja, in Perfektion beherrschst, wenn du in der Lage bist, zu sponsern, wann und wo du willst, ja, wenn du in der Lage bist, neue Kunden zu gewinnen, wann und wo du willst, dann ist Network Marketing zauberhaft. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann ist Network Marketing eher, ja, eher ein Graus, ja, aber wie gesagt, das kann man erlernen, ja, es setzt aber auch die notwendige, ähm, Bereitschaft voraus, die notwendige Einstellung, etwas wirklich zu wollen. Weil viele, ähm, oder ich sehe das halt häufig, ja, ähm, manche, die, die würden gern, ich sag mal, das große Geld haben, aber auf der anderen Seite nicht bereit sein, die notwendigen Dinge zu tun oder halt eben das zu geben, was es zu geben gilt, ja. Dann Schritt Nummer 7, halte alles so einfach wie möglich. Ähm, ja, auch hier, ähm, musst dich selbst lernen, wenn, wenn, ähm, im Network Marketing, ähm, wenn deine Teampartner Webseiten aufbauen müssen, wenn sie, ähm, ja, wenn sie Verkaufskanal selbst gestalten müssen und, 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 dann wirst du halt immer, Entschuldige, dann wirst du halt auch immer, dann wird es dich nicht duplizieren können auf Dauer, ja, weil es werden Menschen zu dir kommen, die können das einfach nicht und die können oder die tun sich da auch super schwer damit, das zu lernen, ja, oder was auch immer, ja. Ja, und deswegen sollte Network Marketing, du solltest für jeden Strategien bereithalten, das heißt nicht, dass die nicht funktionieren, ich arbeite ja selbst so, ja, aber du solltest für, auch für die Menschen Strategien haben, die jetzt zum Beispiel kein technisches Verständnis haben oder die sich halt schwer tun, ja, und ich meine einfach, Network Marketing sollte nach wie vor ein Geschäft oder eine Chance bieten für jeden, ja, ähm, der es natürlich auch ernsthaft erlernen will, ja, so, aber deswegen muss er kein Programmierer sein, ja, und deswegen versuch ein Repertoire, also ein Werkzeugkasten dir aufzubauen, dass du die verschiedenen Menschen auch, ähm, verschieden unterstützen kannst, ja, dass du ihnen Wege an die Hand geben kannst, dass du sagen kannst, hier, nimm die Broschüre, sag das, ja, ähm, sende den Link, sag das, ja, dass du einfach mit den Menschen, ähm, dort an ihren Stärken dann halt eben auch arbeiten kannst und dass sie eben einen relativ einfachen, ähm, einfachen Weg auch gehen können, ja, ähm, also nicht einfach in dem Sinn, dass man jetzt, ähm, die, die Arbeit für die Leute machen soll, sondern dass, 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 dass man sie in der, in die Lage versetzt, gewisse Dinge auch ausführen zu können, ja, ganz wichtig, also, das ist super wichtig, ähm, halt es so einfach wie möglich, dann, ähm, ja, wenn du schnell wachsen willst, ja, dann musst du schnell eine kritische Masse erreichen, ja, ähm, umso größer dein Teamwert, ja, und umso besser, ähm, deine Leute quasi ausgebildet sind, umso besser sie, ähm, ausgebildet ist vielleicht das falsche Wort, umso, umso besser sie, ähm, die Fähigkeit haben, Dinge umzusetzen, schnell umzusetzen, schnell neue Leute zu rekrutieren, umso schneller kann dein Unternehmen natürlich auch wachsen, ist zwar selbstverständlich, aber war mir, äh, gerade zu Beginn nie bewusst, ja, ähm, langfristig ist es aber so, dass Network Marketing kein Sprint ist, sondern es ist eher ein Marathon, das heißt, du musst ständig dranbleiben, du musst, ähm, regelmäßig, wie ich schon gesagt habe, neue Partner rekrutieren, diese regelmäßig auch ausbilden, ja, ähm, ja, ähm, den, zur Hilfe sein, ja, an der, an der Seite sein, dass die Menschen auch wissen, sie können sich auf dich verlassen und, 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 ja, also, wir reden hier nicht von einfach, ähm, mal kurz was machen und dann läuft das Ganze, aber wenn du halt schnell wachsen willst, dann ist es wichtig, dass du schnell, ja, eine gewisse Masse an, an Menschen erreichst, ja, um schnell eben halt vorwärts zu kommen, dass sich das Ganze auch schnell dupliziert, ja, ähm, genau, und das war Schritt Nummer 8 und last but not least war, ähm, ja, ja, Fokus, fokussiere dich auf eine Möglichkeit und auch das sehe ich, ähm, immer wieder, ja, dass Menschen in verschiedenen Unternehmen tätig sind und, ähm, ähm, eine ganz wichtige Eigenschaft ist, ähm, ja, Integrität, ja, Loyalität, ja, und einfach sich darauf zu konzentrieren, ähm, eine Sache zu tun, aber die auch dann richtig zu tun, ja, ja, ähm, wenn du, wenn du dir das vorstellst, 100% Energie, ja, in eine Sache bringt dich viel weiter, als wenn du jetzt zwei oder drei Unternehmen hast und jeweils nur 50% Energie dort reinstecken kannst, ja, also, Fokus, ähm, ganz wichtiger Punkt, ja, und damit sind wir auch schon am Ende, ähm, ich wollte jetzt nicht noch tiefer in die einzelnen Punkte reingehen, es soll einfach nur so meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse aus den letzten Jahren, ähm, die, die wollte ich eben halt einfach mit dir teilen und ich hoffe, ja, sie haben dir ein kleines bisschen, äh, geholfen, ähm, haben dich ein kleines bisschen vielleicht auch inspiriert, würde mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn das Ganze hilfreich für dich war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder, ähm, ja, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, ähm, wie immer schreib gerne einen Kommentar, ähm, ähm, ergänzt das Video, mach's zu einem Mehrwert für allem, wenn du noch weitere Punkte hast, ähm, ja, dann würde mich das sehr, sehr freuen, ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt, äh, maximalen Erfolg, alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.